Das Open-Air-Kino oder Freilicht-Kino in Laubach findet dies ja wieder statt im Schlosspark, auf der Schlossparkbühne. Und das Konzept ist drei Tage hintereinander. Jeden Tag ein anderes Live-Programm, jeden Tag ein anderer Kurzfilm und jeden Tag ein anderer Langfilm. Nee, der ist komplett, glaube ich. Bitte? Das ist nicht ein Insider-Witz. Wir waren seit über 15 Jahren in Laubach Open-Air-Kino am Schloss direkt. Das wurde durch die Umbaumaßnahmen und die vielen Veranstaltungen im Schloss dann zu schwierig. Man hat keinen gemeinsamen Termin gefunden und da haben wir eine Alternative gesucht. Und zusammen mit der Teutonia, also mit den alten Herren der Teutonia, das ist der Fußballverein hier in Laubach, haben wir das dann beschlossen, zusammen mit der Stadt in diesem Jahr hier an diesem Ort auszuprobieren. Hier, ist der Hund erst auf Station, haben wir gleich eine Infektion. Jetzt gibt's feines Frässerchen. Ich hatte doch irgendwo... Also am kommenden Wochenende gibt es im Licher Waldschwimmbad, im wunderbaren Waldschwimmbad, gibt es eine Theateraufführung vom Theater im Traumstern oder Theater Traumstern kann man auch sagen. Die spielen dort Diener zweier Herren auf der Naturbühne. Und wer nächste Woche noch Zeit hat und Lust hat, wunderschönes Ambiente, wunderbares Stück, gute Schauspieler. Viel Spaß! ... ... ... ... ... Vielen Dank.